Nein, 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 ich hab Angst, nein, was denn? Freunde, was soll ich denn? Was wollt ihr denn von mir? Was wollt ihr von mir? Heute spielen wir Bunny Tail, das habt ihr mir empfohlen, es ist anscheinend ein Horrorspiel. Ich weiß nicht, Leute. Kann das sein, dass ihr mich verarscht habt? Kann das sein? Wir spielen einfach mal. Ein Spiel genau nach meinem Geschmack. Hallo. Wir haben auf dich gewartet. Wir sehen uns im Juni. Oh! Oh! Okay, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ich muss... Oh! Hier hat jemand geschossen. Hallo? Bitte hilf mir, ich kann meine Brillen nicht finden. Das muss irgendwo beim Garten sein, glaube ich. Ich habe es nicht schnell gelesen. Oh! Oh! What? Leute! Ist das doch so ein Spiel? Warum kauft niemand mein Stuff? Wirst du hier, um mir zu helfen? Ich soll Poster aufhängen. Soll ich Werbung machen für dich? Meine Pflanzen wachsen nicht. Der braucht Wasser. Okay, ich soll überall kleine Missionen machen, oder was? Hier ist ein kleiner Hase. Süß. Nein, nein, nein. Das Spiel ist, glaube ich, alles andere als süß. Aber ich mag die Musik. Das ist einfach... Ah! Okay, jetzt habe ich das Poster aufgehangen. Dann muss ich noch mal noch zwei weitere Dings finden. Da hinten. Dün, 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 dün. Schon süß. Okay. Eine noch. Da. Okay, jetzt habe ich ihm geholfen, Werbung zu machen. Kriege ich jetzt was? Dankeschön. Mal gucken, ob wir Kunden kriegen. Oh, wir haben sogar schon... Hi. Hi. Okay, Mission erfüllt. Was wollte er? Okay, er braucht Karotten. Ich habe schon ein paar gesehen. Ihr seid doch genauso gespannt wie ich, was, wann, wo was passieren wird. Das war jetzt drei, glaube ich, oder? Ich habe nicht gezählt. Vier. Also da hinten ist vier. Und hier ist fünf. Okay. Achso, nein, es war ja der hier. Eine Suppe gemacht. Süß. Kann ich hier rein? Nein. Was ist da hinten? Achso, nein, ich dachte, da wäre irgendwas. Hi. Was schaust du mich an? Aggressive Häschen. Was ist da mit ihm? Er guckt traurig. Was war mit dir? Er will Karottenkuchen. Ich soll Geld suchen und ihm einen Karottenkuchen kaufen. Was ist mit dir? Ja, ich habe ein Spielzeug. Ah, dein Bunny habe ich gefunden. Ja, ja. Bring ich dir, bring ich dir. Ja, bring ich dir. Irgendwas runtergefallen. Hier ist ein Kopf runtergefallen. Hier ist ein Kopf runtergefallen. Hier. Okay, hier sind die ganzen Aufgaben von den Leuten. Was soll ich ihm? Seine Karotte? War da nicht irgendwo eine Riesenkarotte? War das Karotte? Da, die Karotte hat er doch gemeint, oder nicht? Ja. Wo war der jetzt? Ist da... Da war was drin! Dieses Spiel ist ganz schön schlawinerhaft. Einmal Hashtag schlawinerhaft. Ich finde diese random Hashtags aber sinnlos. So sinnvoll, sinnlos. Wo war der nochmal? Wo war der mit Karotte? Der hat... Was war das? Ah, er braucht Brille. Wo war der nochmal mit Karotte? Hier. Bitteschön. Jetzt habe ich Geld bekommen, Coin. Und mit Coin kann ich ihm Dings was kaufen. Was wollte er nochmal? Kuchen. Karottenkuchen. Die kriege ich bei dir bestimmt, oder? Ja. Er hat geschrieben, hier ist dein GIF. Also GIF. Also wie Gift. Und dann... Hier würde ich schon ein Kuchen. Also dieser Kuchen ist wohl vergiftet. Dankeschön. Ich trau dem Braten nicht. Okay, er braucht seine Brille. Vielleicht finden wir hier noch was. Ein kleines Labyrinth. Mich stört die Maus. Übelst mal. Jetzt... Aber manche auch kommentiert. Einfach die Maus. Aber ja, ich... Ja, ich... Diese Maus ist ja einfach... Also jetzt stört die richtig. Weil ihr mich drauf hingewiesen habt. Ich hätte sie ignoriert. Aber ihr habt geschrieben, diese Maus stört. Und jetzt stört ihr mich auch. Toll. Einfach Maus. Lass mal hier hoch. Geht das? Ja, ich kann hier hoch. Okay. Die Frage ist, soll ich hier hoch? Ich glaube nicht. Vielleicht will der irgendwas. Willst du irgendwas? Nein. Okay. Er braucht Wasserkanne. Da ist ein Kopf drin. Wieder weg. Vielleicht ist die Wasserkanne hier. Ich soll herausfinden, warum sein Haus dampft. Ja. Das ist schwer zu sagen, mein Freund. Vielleicht soll ich... Kann ich hoch? Nee. Ist das dein Haus? Die Tür ist einfach... Die Tür ist... Hä? Kann ich hier rein? Okay. Kann ich hier hoch vielleicht? Ich glaube nicht. Ey, ich habe die Kalle gefunden. Hier. Das kannst du gießen. Bitteschön. Wow. So viele Karotten. Bitteschön. Wo ist der Haken an der Sache? Wo ist der Haken? Kann ich hier jetzt eigentlich hoch? Nein. Also er hat ein Problem, dass sein Haus wohl irgendwie dampft. Und wir müssen herausfinden, warum das Ding dampft. Aber wie soll ich das rausfinden? Okay, was haben wir denn noch? Also der Typ hier. Ich soll einen Weg finden, warum da Dampf aus seinem Haus kommt. Sein rotes... Ich weiß es nicht. Ich muss wahrscheinlich wirklich da hoch irgendwie. Probieren wir es. Ah, ich habe seine Brille gefunden. Oh! Das ist so... Da war einfach blutiges Messer. Und dann ist es weg. Die sind so... Ich mag das. Die sind so ein bisschen sneakyhaft. Dreckig. So, einfach kurz... Messer, dann willst du nochmal hingucken. Dann ist es weg. Ah! Okay. Okay. Jetzt geht das Spiel los. Ihr wisst, dass ich diese Art von Spiel... Ich liebe es. Das sind die Spiele, die ich wieder mag. Diese Kacke mag ich. Das ist die Kacke, die ich mag. Hier. Jetzt sieht er wieder was. Okay. Wir haben fast alle Missionen erledigt. Wir brauchen noch... Was war mit ihm da hinten? Er hat, was er will. Nur noch dieser Dampf, der hier rauskommt. Ja, Bruder, soll ich dir helfen? Ja, aber wie? Ah, vielleicht mit Kerzen? Nein. Okay. Also, wir können zumindest hier hochklettern. Aber höher nicht. Oder? Vielleicht... Können wir hier so... Nee? Von hier so vielleicht auch nicht? Okay, nein. Ich muss herausfinden, warum es dampft. Warum dampft sein... sein Häuschen? Hier. Dampf. Ach so, deswegen. Und da ist ein Knopf. Das da muss deaktiviert werden. Wie komme ich hier hoch? Von hier vielleicht? Ja. Ich glaube schon. Dun, 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 dun. Yes! Ah. Wir haben es geschafft. Geschafft. Oh! Oh! Geil, 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 zu cool Okay, alles erledigt eigentlich, oder? Fehlt einer, nein, der fehlt noch Er braucht eine Leiter, damit ich ihm aus irgendeinem Tunnel helfen kann Wo ist, ach der ist hier War nicht hier die Leiter, hier irgendwo Die haben wir doch selber Ja, das ist eine Leiter Das ist auch eine Leiter Ist das nicht eine Leiter Achso, ich muss ihn auch erstmal ansprechen Wahrscheinlich, der hier abhängt Hilfe Warum geht der hier hoch eigentlich, warum? Okay, erstmal eine Leiter geben So, jetzt haben wir alle Hasen geholfen Und jetzt sind wir gespannt, was passiert Bitteschön Er wird sich genügt brechen, safe Ich habe jedem geholfen Und jetzt soll ich zum Schloss Und dann kriege ich meine Belohnung Ich bin gespannt Einfach kurz umdrehen noch War schön mit euch, Jungs Ich bin weg Passt euch auf Gratulation Du hast die Stadt gerettet Aber leider kannst du nicht gehen Ist das nicht eine Schande? Wir wissen, du weißt Die Wahrheit Hinter dieser Stadt Deine Neugier Hat dich verflucht Gute Nacht Oh, was für 60 Sekunden Oh Gott, wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Oh mein Gott Aber wo soll ich denn hin? Wo soll ich hin? Oh mein Gott, alle tot Oho Wo soll ich hin? Oh Gott Alle Hasen tot Wo soll ich hin? Wo? Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ah Was soll ich machen? 15 Sekunden 14 Sekunden Was wollen die von mir? Ich gehe ins Labyrinth Nein, ich werde genau hier chillen Ich bin ein Mann Ich werde genau hier chillen Kommt her Kommt Kommt Ich warte Kommt Nein 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 Ich habe Angst Nein Was denn? Oh mein Gott Das bin ich Oh mein Gott Geil Ja Freunde Das war's Das ist das Ende Vom Spiel Was für ein Happy End Was für ein Happy End Ich muss sagen Ich bin echt überrascht Also richtig überrascht Das war echt ein Spiel Nach meinem Geschmack Gerne mehr von sowas Also wenn ihr so ähnliche Spiele habt Gerne jetzt in die Kommentare Roblox Spiele Die so sind Wirklich Die feiere ich wirklich Vor allem wir sehen uns wieder Passt auf euch auf Bis dann Bis dann Wirklich Wirklich Vielen Dank.